Hallo, mein Name ist der Ren. Hier ist die Fremde, die ich hier habe. Ein paar Traumarten. So, die Steigerinnen, die man benutzt. Diese Luft, jede Freimann haben wir das im Auto. Wenn wir im Auto sind, dann benutzen wir die Freimann. So, im Sarong. Wenn wir unterwegs sind, zum Reisgelder im Dschungel, dann würden wir schwitzen. Ja, so, wenn wir im Wald sind, kommen die Muttern, die Bienen, machen wir so. Dann, wenn wir müde sind, machen wir Hängematte. Ja? Ja? Ja, play, play, think about. Baby, die Freisgelder, die Freisgelder, die Freisgelder. Ja? Das ist das. Think about. Ja, sehr gut. So, das ist das. Ja? Ja? Ja, das ist das. Das ist das. Die Leute, die Leute, die Leute, die Dramatzen sind. Die Leute haben ταbe. Und dann, jetzt điềuus. Gibt es uns ein encontramos. Nicht nur espeisen, und mestoffeln. Aber nicht empfehlen. So, ne? Das ist, kann man, so ne? kilo machen, ja? Kstatologie, kostet 100g, 200g, je nachdem, ne? Leicht an Qualität von Stoff, Warmwohle oder Seiden. Denn Poseidon, kostet mehr. Ja, vielen Dank.